jo 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 youtube was geht ich bin es euer gulgason willkommen zurück zu einem voidsch und overwatch video und ich bin mal wieder auf dem ptr unterwegs weil ehrlich gesagt dachte ich mir dass ich mich wieder anna dort an allein ich habe das spiel gerade gestartet deswegen habe ich noch keine sounds lolilu ich weiß nicht wie die schüsse die sind irgendwie komisch muss man sich nur daran gewöhnt ist halt nur ein schuss ist hier ich habe gehört wir haben mit rechtsklick wieder stärker gemacht wenn das wirklich stimmt na ist blizzard mit einer der deckigsten spielentwickler dies gibt immer noch guten content aber so einen so einen piss charakter dann wieder zu verstärken weil es scheiß ja 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 Oh. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt doch gewinnen. Erstmal, Kaffee Gun. Ist ja morgens Kaffee. Muss sein. Erstmal, so voll mit einem mächtigen Bunnyhop. Oh, Mini-Diva ist so schwer zu treffen. Wahnsinn. Müsste sich das einfallen lassen. Weil man muss ja auch heilen, Alter. Voll weggeschossen. Boah. Haha, was ein Sandist. Habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Sandist? Für die Leute, die es nicht ganz mitbekommen haben. Ich habe ja eben den Mac-Rechts-Click. Mega-MLG-mäßig im Lauf predicted gestunt. Beziehungsweise eingeschläfert. Ja, das sieht begann. Der ist der Junker hingegangen. Und hat, weil der kaum noch Life hatte, eine Bärenfalle auf sein Gesicht gelegt. Und hat gewartet, bis der aufsteht. Dann vorwacht. Das ist eine andere interessante Sache. Dann vorwacht. Dann vorwacht. Und dann bei der nächsten Seite? Von in der ersten Seite gehen. Komm jetzt vorwacht. Es ist ziemlich kurz vorwacht. Ich bin jetzt in der ersten Seite. Aber ich bin hier sie verantwortet. Deine Augen werden schweb, schweb. Ich weiß nicht, ich bin voll der Fan von dem Charakter Anna, ne? Ich mag den mega. Weg rechtsklick. Alles klar, Sniper Nummer 3. Wow. Ah, ich geb's dir eben, Healer. Ich hab... Ohne Witz. Ich hab nichts gemacht. Ohne Witz. Irgendwie irgendwas gegessen. Gestern auch nicht. Aber ich hab Krümel auf dem Mauspad. Wie kommen die da hin? Hallo. Ist das ein... Wann hast du die Freimaurer? Wann hast du die Illuminaten? Oder es ist lediglich ein Fall für das Galileo Mystery Team? Ey, what the fuck? Ja, ich glaub ich, wir werden mal Rheinhardn. Ja, ich will irgendwie nicht Rheinhardn. Ja, ich will irgendwie nicht Rheinhardn. Ah doch, ich will Rheinhardn. Ah, sowieso Wartauspieler. Ich hoffe, nachher nimmt einer... Machen Sie sich bereit zum Ansatz? Äh, eine Saria oder sowas. Das wär halt voll sexy. Boah, der ist schon 314, ey. Heiliger suchti. Wie viele Spielstunden hat dieser Kollege denn? So, Karriere mal ansehen. Alles klar, der hat schon fast 300 Stunden. Weißt du Bescheid? Und der Kollege, der stille Nacht hat fast 200 Stunden. Aber viel weniger. Okay. Irgendwo ist immer 12 Uhr mit eins. Oh. Ah, ihr wisst ja, ne? Kaffee? Uh. Ja. Wir haben ja keine Leute, meine Herren. Nach allem was passiert ist, fallen frei auf. Die Ansatzphase, wir gehen in 30 Sekunden. Haltet euch an den Plan. Wenn ich verblühe, bin ich... Ich bin weg. Ich... Ja. ja schon alles klar alles klar sterb ich einfach sommer schon das gehen ja grie die mofos na komm, geht rein, geht rein geht rein Danke, Randy, danke, guck mal, was hätte unser Randy machen können? Genau, anstatt auf die andere zu schießen, mich heilen mit so einer Granate oder weiterhin auf mich schießen Ach, geht nicht, zu viele Geschütze Ich warte mal, wie lange es dauert, bis die reinkriegen, dass wir entweder einen Roadtalk oder einen Saria brauchen Ja, es ist PTR, hier wird keiner großartig was machen Oh Ja, das war extra Um meine Leute vor dem zu schützen Genji und Mercy Wir hatten zwei Heiler Genji und Mercy Ich weiß es nicht Es darf nicht sein, dass er immer reinkommt und wieder rauskommt Alles klar Ach, das war mein Miner Ne, war es doch nicht Oh, diese ganzen Sombras verwirren einen voll Wenn man als Reinhard da reinläuft Ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwas gehauen die ganze Zeit Aber es schien Miner zu sein Eine Sekunde länger Eine Sekunde länger Eine Sekunde länger Ah, egal Jetzt wird's massiv Na ja Dann Würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Däumchen da Ihr wisst ja Und spreadet dieses Video in die Welt hinaus Und dann Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao